Das Refragiometer hier ist ein optisches Prüfmittel für Batterieflüssigkeit und Frostschutzmittel. Das heißt, es misst die Säuredichte, misst den Propylen- bzw. den Ethylengehalt. Je nach aufgetragener Flüssigkeit im vorderen Bereich kann ich dann in der Linse auf einer Skala die jeweiligen Werte ablesen. Das Scharfstellen der Linse erfolgt ganz einfach über Verdrehen. Um Messfehler zu vermeiden, ist das Gerät mit einer automatischen Temperaturkompensation ausgestattet und man kann es sogar bei Umgebungstemperaturen unter 10 Grad plus verwenden. Im Lieferumfang sind enthalten eine stabile Transportbox, dann ein kleiner Schraubendreher zur Kalibrierung, dann zwei Pipetten zum Auftragen der jeweiligen Flüssigkeit auf das Refraktometer und selbstverständlich das Refraktometer selbst. Flüssigkeit. 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 Flüssigkeit.